Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 22. November 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1122. Heute mit den folgenden Themen Tesla 20TB, iRobot, Winamp und One UI 4. Ich starte gleich mit Tesla und da gab es anscheinend weltweit Server-Probleme in den letzten Tagen. Laut dem Magazin winfuture.de sollen die Server ausgefallen sein, zumindest die Connection dazu. In USA, Südkorea, Australien und in Europa hat man Meldungen gesehen, die darüber berichtet haben, dass ein 500-Server-Error angezeigt wurde, wenn man sein Gefährt hätte öffnen wollen. Ziemlich unschön, zum Glück nicht allzu lange. Ich hoffe, da lässt sich was fixen, dass in Zukunft sowas nicht mehr stattfindet. Denn es ist schon ein bisschen blöder, wenn man nicht in sein Auto kommt. Vor allem, wenn man ziemlich schnell da rein muss, weil man irgendwie zum Arzt fahren muss oder sonst irgendwas hat, was dringend wäre. Ich mag mich noch erinnern an meine ersten Festplatten, die sage und schreibe 8 MB gross waren oder so viel Platz hatten. Mittlerweile gibt es ja riesige, zumindest drehende Platten in unerschwindlicher Höhe. Also im Vergleich zu diesen genannten 8 MB stimmt eigentlich gar nicht. Die erste war sogar 4. Also ja, eben völlig weltfremd aus heutiger Sicht. Nun hat Western Digital was Neues vorgestellt, nämlich die erste 20 TB drehende HDD-Platte im 3,5 Zoll Format. Ja, so 5 Stück in meinem NAS drin. Das wäre doch mal was, womit man anfangen könnte, um ein bisschen Backup zu machen. Nun gibt es Neuigkeiten zu iRobot und der amerikanische smarte Hersteller von Staubsaugern hat jetzt ein Schweizer Unternehmen gekauft. Das hört auf den Namen AERIS Cleantech AG. Und das ist ein Anbieter von Premium Luftreinigern. Relativ grossen Luftreinigern, wenn man so die ersten Bilder anschaut, die ich mal gesehen habe, aber die sollen es in sich haben und eben einen sehr guten Job machen. Nun möchte iRobot das Ganze natürlich auf seine Genius-Plattform migrieren, sodass die auch da mit rein spielt und dann eben auch in die Richtung mitwirkt. Finde ich spannend. Ich hoffe, dass sie dadurch dann auch smart werden für Plattformen wie Google, für Plattformen wie Apple und andere Möglichkeiten. Was haben wir dann noch? Genau, die Amazone an der Stelle. Nicht, dass sie mir jetzt wieder reinquatscht. Dann eine witzige Neuigkeit für alle, ja, sagen wir ein bisschen älteren Zuhörer. Kennt ihr Winamp noch? Wahrscheinlich, wenn ihr jung seid, überhaupt nicht, denn heute wird ja das meiste der Musik und Ähnliches gestreamt über all die ganzen Möglichkeiten, Dienste, die es da so draussen gibt. Ja, Winamp war da so eine Software, die man unter Windows gebraucht hat, weil es da keinen anständigen Musikplayer gab. Und Winamp war, ja, wenn ich jetzt hässlich sage, trete ich sicherlich dem einen oder anderen auf den Schlips, aber sie war einfach gewöhnungsbedürftig. Aber dafür hatte sie sie in sich und sie konnte so ziemlich alles wiedergeben, was man möchte, zumindest wenn man sie dazu gezwungen hat. Und Winamp ist eigentlich schon länger, hat schon länger bekannt gegeben, ich glaube, es war im Jahr 2018, dass man wieder zurückkommen möchte, hat dann mal auch auf der Webseite angefragt, ob es da irgendwelche lustigen Beta-Tester geben möchte. Und nun, ja, ist es endlich soweit. Drei Jahre später ist sie da, die Beta. Man kann das Ganze sich jetzt, sofern man sich angemolden hat, vorab testen. Ich habe es noch nicht getan, hatte noch keine Zeit. Aber so, um ein bisschen in alten Zeiten zu schwelgen, sicherlich nicht verkehrt. Gestern war es endlich soweit. Mein Samsung Galaxy Z Ultra oder Z21 Ultra, einfach das Neueste aus dem Frühling, was nicht gefaltet wurde von Samsung, hat ein Update auf die One UI 4 bekommen. Das heisst, es ist Android 12 ausgerollt worden, jetzt auch in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Und es gibt ein paar neue Funktionen, ein paar neue optische Geschichten. Wenn mir irgendwie die Zeit diese Woche erreicht, werde ich euch dazu ein Video machen, für diejenigen, die es interessiert. Die gibt es dann auf dem Poughkeepsie Network YouTube Channel. Für alle anderen, die heute im Verlauf des Morgens mal da vorbeisurfen, geht mein Video zum Huawei Nova 9 online, das erste Video. Ich habe es jetzt vorab zugeschickt bekommen. Plus ein paar Bilder oder bewegte Bilder zu dem Soundjoy, zu der GT3 und den FreeBud Lipstick. Aber da sind es nur kleine Teaser, denn die sind noch unterwegs und oder hoffentlich bald unterwegs in meiner Richtung. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Seid gut aus dem Wochenende gestartet und habt einen schönen und erfolgreichen Tag. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.